Salam alaikum warruks Heute wieder mit Allah und Cengiz Was geht? Das ist valla keine Antwort Ich schwöre auf Koran, das ist kein Einstieg ins Video, ne? So, ich hab jetzt ne richtig krasse Frage Valla, die ist richtig krass Richtig krasse Frage Ihr wisst doch, dass für hohe Gebäuden Krane verwendet werden, ne? Sprachen lernen, Schahin Kräne, ja Kräne, tu nicht so, als ob das voll ein normales Wort ist, sonst sagt kein Mensch Krane, Kräne, was auch immer Okay, aber wie wird dann ein Kran gebaut? Keine Frage, wieso hast du keinen Abschluss? Auf dem Tisch liegen drei Tage Ja, eigentlich ist das ja ganz einfach Das wird ja nicht nach oben hin gebaut, sondern Der wird ja während der liegt gebaut Ja, genau, oder? Entschuldigung, wir nehmen da an dem Geruch Oder bist du? Okay, sag nicht mal wie hingehen, spring einfach raus Wie eklig bist du eigentlich? Schwie gemein Was ist wie eklig bist du eigentlich? Nee, das Er sagt einfach, er springt einfach raus Ohne sich zu schämen Schon auf Koran, du bist ein Bastard, wenn du statt Mandarinen-Klementinen sagst Junge, er ist Flachpirsich, er ist eh ein Hurensohn Und der Mann Hast du noch Flachpirsich gegessen? Nein! Ich war immer in Türkei und ich wusste nicht wie Dings heißt Ähm, Che Man, die heißt Pfirsich Diese... mit Haare Nein, 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 nein Und ich wusste nicht wie das heißt Und dann meinte ich so Wir haben alle angefangen zu lachen Komm mal ganz kurz her, Bruder, komm mal her Unwichtiger Mensch, komm her Wie wird das gebaut? Was? Weil dadurch Elektromaschinenbauer, ne? Das ist die krasseste Motorinstandsetzung, die ich je gesehen habe Aber du hast die Antwort so krass gegeben, ne? Ich hab damit doch gar nichts zu tun, wenn dann konstruiere ich ja Häuser und so Rudak, du kannst ja ne Dings bauen, ne Sprachschule, dann kannst du ja Türkisch lernen Bokokjör, wieso riecht das grad nach Scheiße? No, Lio Ich hab einmal Fenster auf, ne? Ich wollte ja... Das ist ne... So, es ist egal, was es war Oh, ohne Atom, sag sofort, wie heißt das? Was kostet halt nicht ne Pilgerfahrt? Was lieben wir eigentlich? Keine Ahnung, voll keuer eigentlich, ey Ja, muss eben sein Volkstar rum, so billig Was ist da wohl... Das kriegt ja irgend so'n Wahnsinniger geschrieben, ne? Das sind alles Wahnsinnige Der ist es lan, çıkın dışarı Sizin annenizin götüne var ya, chikida muzunu sokacam, gelin Oooo, wir müssen hochgekommen Warte Junge, vor der Kaufmann irgendwas, was machst du? Ich hab ne Drohne, Aas nas sichtimus Süleymanoğlu Ja, gittem, vallah gittem Ich bin rota gefällt Valla, wie krass können die Gegner von uns nicht äh äh Ah, 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 ah Nedisende, nedisende, lan? Nedisende, lan Wie krass können die Gegner nicht in unserer, äh, Reichweite sein? Wahrscheinlich da oben drauf Schnell ein Reim auf Reichweite Ähm, äh, Fleischpfeile Nedisende, ne? Schnell mal vor du es im Restaurant Irgend so ne Ecke von deinem Zimmer Zimmer, ne? Dein Raum Das ist einfach so ein Munitionsvorrat Wo ist das denn? Alter secret Bak, vergiss an meine Stories ne Waffa das AHAHAHAHAHAHA Ölü oma Ölüo oma разм Ich bin bei ihmer Island Kulaklani. Gehmt. Warum? Ich bin bei ihm. Martin Tumor. short time. fold it to penso mal deh meg in your november. bl外ього Jival-Uf. J Shall Thee ! Ben verschw gratis bello again. Me干 abone ich bin euer – da bin sa o средłe – esteem als ich in einen weref – Ich bin für einen Spawner. Du bist ein Nate, aber du bist auf meiner Seite. Ich bin für einen Spawner, ich bin für einen Spawner. Ich bin für einen Spawner, glaube ich. Ich bin für einen Spawner, ich bin für einen Spawner. Komm, erzähl mal einer deine krassen Storys bitte. Was soll ich so die Story von Dings erzählen? Nein! Alle! 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 Wie kann man sich so krass in der Pre-Game Lobby anstrengen? Nicht wie die Ohne, die Pizze oder die Pizze oder die andere haben. Wie kann man sich so krass anstrengen? Wer hat jedes Cent auf dem Boden gesetzt? Die Tieflatte am Boden. Oh man, ey. Da hast du mich wieder. Gittim, komm her. Gittim, vallaha gittim. Puan anlamına ben gökümü sokiyim, Ağzına sichtim çocuğum. Allah. Was kann ich eigentlich? Was kann ich? Gitti, vallaha gittim. Gittim, vallaha gittim. Allah. Geldim. Burak, kimden konuşyon lan? Amrak olum cahili. Öl, stirp einfach. Öl, oh. Ohohoho, yanıyo. Ah diyo lan, adam yanıyo. Siktir et, itfai el çağır, orospu çocuğu. Adam yanıyo. Bırak kome. Var ama ganz gut. Digga, vallaha gittim, vallaha gittim. Gittim, vallaha gittim. Gittim, vallaha gittim. Gittim, vallaha gittim. Adam vallaha gittim, bırak gittim. Ahahahah. Kulma sana av. Kulma sana av. Kulma sana av. Eee gitmiş vallaha. Orospu çocuğu geber yan orospu çocuğu. Yezid orospu çocuğu. Kuşa tapan pzven kıstik. Orospu çocuğu. Ananın amına roket pal gitsin. Kodur bun çocuğu. Şuraya gittim. Varum şiysik, vallaha gittim, vallaha gittim, vallaha gittim. Oha. Er vallaha nur aftm dach. Kupen vobaz is, ne. Er van dreig kanak in kugel ügikum. Söyt şimdi kasan. Allahum yarabbim bak her yerim ey vallaha gittim. Çıktı bir saniye, lasma kutu çocuğu bir saniye. Ahaha, yapmıyay gittim. Ahh vallaha iki taraftan çıktı. Eeeh. Lasma aftm dach, f Ilaj zemiden allaha. Cöpemaa. Warte, warte. Komm, du bist so smart. Ja, guck mal, das Gebäude haben. Es sind vier Leute im Gebäude. Das sind immer vier Leute, ne? Warte, warte, ich geh in den Busch. Cengiz, BK, nenne, warte. Ja. Varela zu Beradi. Beradi 1-0, Italien. Türke, ja! Türke, ja! Du hast voll die schönen Augen. Gel, 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 gel. S**k beni burda, hadi. Hadi, zeki. Yunga, nool, yunga. Valla, şimdi, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Allah. Yaa, nes, yaa! Apa, aaaazla s**tım in. Yahudi oros bu çocuğu. Boy, bin kastu. Allah billah. Das geht gar nicht. Aaaa. Ey Burak, es mal valla ganz kotanen gehint, obayne. Gidiyon. Hup, du, 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 du. Kastu, warte, warte. Laf so, normal. Du, 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 du. Burak! Başım dönüyor oros bu çocuğu. Laf so. Laf so. Lan çißen, von hinten, auf mir. Auf mir. Schahin. Wann die denn gerade, legerling? All auf mich geschossen. Eee, b. Hahahaha. S**t. Ben wieder suratuma s**t. S**tsam belki biraz Türkçe öğrenirsin. Amrakodum andavall oros bu çocuğu. Çok komiksin. Dankeschön. Gidecem. Ben gidecem. Zack, valla, ich kan hier kriechen. Bitte, ja, öl. Öl, ölecem, bak. Ein Schoss not, tot. Burak. S**tsam. Ich lef, o jemand sagt, sie einfach. Vitaminsiz oros bu çocuğu. Hahahaha. Ich lef, o kriegst ein Kind. Und hat 20 sanii vetlesen, bozfaren. Hahahaha. Hahahaha. Ne biçim oros bu çocuğu. Hahahaha. Ulan, neerdesin? Kom her. Ich war nur wie Snoopy. Neeee. Alta, ne biçim bi yakasıklı hanımefendi. Vaj, senin ben haydi. Hahahaha. Werde getötet. Ich weiß nicht von wo. Wir sind oben drauf, Ali. Nerdesiniz? Ulan, nerde? Echt. Ya, gidiyorum. Allah'ım, gidiyorum. Gitti. Ich schürgele zufie kugel.com. Ah, ah. Oros bu çocuğu. Öl. Gittim. Valla, 82 sanii vet. Senin ananın haysiyetine bomba, elbomba satayım. Oros bu çocuğu. Hier ist keiner mehr. Valla, ich werd dir sehr verboten, wenn du mich wieder verletzt. Valla, wieder da ist noch jemand, Bruder. Pass auf. Oros bu çocuğu. Oros bu çocuğu. Seine mutter ist um eine... Schlumpfuuu. Warte. Den, diksel muss ich holen. Ah, Yahudi çıktı. Alter, der ist ja heilig gezogen. Gideon. Valla, von überall. Gib den. Ahahaha. Mann ey. Allah. Oh. AMG for life. Räuber wie Jandam. Ich hab sehr profilzahlt. Ich krieg jetzt mein...